Ja hallo Leute, ich bin gerade unterwegs im Bus, ich fahre nach Hause von Wilhelminenbergte. Ich toure gerade nämlich durch Wien und schaue mir Adventsmärkte an. Oder Christkindlmärkte. Wie immer sie auch heißen mögen. Weil ich mache nämlich bei einem YouTuber-Adventkalender mit, und mein Kastl wird das 13. und ich, ist jetzt zwar keine Überraschung mehr, sehr blöd von mir, aber Achtung, ich muss das Video machen, weil ich gerade enttäuscht bin, vom Wilhelminenberg-Adventmarkt, weil die Aussicht ist zwar genial, aber die haben überall Plateaus eingebaut, dass man neben Rolli hinkommt. Also 2 Drittel der Standl sind nicht erreichbar, und auch die schönen Spots, wo man die Aussicht genießen kann, sind nicht erreichbar. Daumen runter für Wilhelminenberg, deswegen kommt er auch nicht ins Video. Und wenn ihr wissen wollt, welche Adventmärkte in Wien in meinem Video sind, dann am 13. den Adventkalender anschauen. Ich verlinke hier schon mal die Playlist, dann seht ihr die ersten Türchen schon. Das war's für die Woche, wir sehen uns wieder, bis dahin, Baba.